Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tela und heute bin ich wieder für euch im Pandamix unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal einen kleinen Tipp von mir anschauen. Und zwar vielleicht hat der ein oder andere ja auch das Problem, dass er im Pandamix hier immer volle Taschen hat, weil er alles mögliche an Zeugen mitschleppt. Ich habe da ein wenig Abhilfe geschaffen und ja, wie ich das gemacht habe, will ich euch mal kurz zeigen. Ihr könnt nämlich ein paar Sachen in die Bank einlagern. Und zwar bin ich jetzt hier einmal im mittleren Gebiet, Tal der ewigen Blüten. Und dort haben wir zwei Schreine. Einmal Schrein der Zwei Monde und einmal Schrein der Sieben Sterne. Das hier ist quasi der Hordenschrein, das ist der Hallischrein. Je nachdem, welche Fraktion ihr habt, geht er zu einem von den Schreinen. Und dort sind wir in der oberen Etage. Und ja, da haben wir quasi hier bei der Horde ist es links und ich glaube bei der Allianz ist es rechts. Also aber guckt mal bei beiden, je nachdem, was ihr seid. Und hier haben wir quasi NPCs, wo wir Zeug einlagern können. Und ich habe es jetzt so gemacht, dass ich alle möglichen Steinchen, die ich eh nicht spiele, ne. Also ich habe mir jetzt meine Steine rausgesucht, mit denen ich jetzt spielen will. Und alle anderen habe ich jetzt hier draufgepackt. Und auch so, ähm, ja, Consumer Bills, die man immer mal wieder kriegt, die das Inventar zumüllen, habe ich hier auch reingepackt. Wenn jetzt der eine oder andere sich fragt, heu, warum hast du so viele Taschen und Slots, wo hast du die her? Ja, es gibt einen NPC und zwar steht da ja hier hinten, das ist einfach so ein kleiner Welpe. Und der verkauft für 10 Bronzer jeweils diese Taschen. Das sind 36 Platztaschen. Und da könnt ihr alles an Gedönse, das ihr nicht haben wollt, da reinpacken. Ich weiß gar nicht, könnt ihr, ne, die Dinger, äh, die Regenzen, leider gehen die Steine da nicht rein, ne. Das wäre zu schön gewesen. Aber zumindest kann man hier diese ganzen überschüssigen Steine und Consumer Bills und was ihr da alles habt, was ihr nicht braucht, einmal reinpacken. Genau. Und dann habt ihr das Inventar ein bisschen freier und habt vielleicht dann, ähm, nicht so wie ich das Problem ständig, ähm, volle Taschen zu haben. Jut, das war es eigentlich schon mit dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen mit weiterhelfen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.